Ich heiße Stefan Volz und studiere Technomathematik im zweiten Semester an der FHWRs. Ich habe mich für den Studiengang entschieden, da ich ein grundsätzliches Interesse an Mathematik habe und nach meinem letzten Abschluss noch etwas dazu lernen wollte. Ich habe eine gewisse Leidenschaft für Mathematik, Technik und Informatik. Meine bisherigen Lieblingsfächer sind die mathematischen Grundlagenfächer, also Analysis und Lineare Algebra. Im Verlauf des Studiums gibt es verschiedenste Projekte rund um einen Messarm zur Erfassung von Objekten und der computergeschützten Verarbeitung, einen MRK-fähigen AI-gestützten Siebenachsroboterarm, der im Zusammenspiel mit einer 3D-Stereokamera selbst anspruchsvollste Greif- und Positionieraufgaben durchführen kann. Die feinfühlige Sensorik ermöglicht dabei sowohl ein vorsichtiges Tasten- als auch eine direkte Zusammenarbeit mit einem Menschen, ohne diesen zu gefährden. Oder auch ein Rechencluster zur Lösung von rechenintensiven numerischen Problemen. Ich arbeite aktuell an einem Projekt im Bereich High-Performance Computing. Dabei sollen parallele Algorithmen zur simulationstechnischen Lösung von Problemen verschiedenster Ingenieursdisziplinen untersucht werden. Besonders an meinem Studiengang ist auf jeden Fall das gute Betreuungsverhältnis und das familiäre Klima. Liebe Grüße, euer Stefan. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.